Was bedeutet Trolling? Das Trolling-Meme gibt es in verschiedenen Variationen. Eine Version davon ist das Trollface. Aber auch von Trollen ist auf die Rede. Besonders im deutschen Sprachraum hat dieses Meme Anklang gefunden. Aber was bedeutet es? Die offizielle Übersetzung bezieht sich auf Weggehen. Umgangssprachlich bedeutet das Wort aber etwas ganz anderes. Trollen stammt nämlich aus dem Englischen. Trolling Debate heißt auf Deutsch Köder auswerfen. Bei der Jugend ist das Wort ein Begriff für Nerven im Internet. Ob man den anderen einfach nur lange in einer Diskussion gefangen halten will oder ihn verbal verletzen will. Das alles ist Trolling. Merkmale für Trolling sind verwendete Smileys, um scheinbar positiver zu wirken, in gewissen Abständen ernster, persönliche Antworten zu geben oder endlos lange Diskussionen zu führen. Im Computerspielbereich wird Trolling auch oft als Ersatz für das Wort Streich genutzt. Die Entstehung. Das Wort Trolling wurde erstmals in der Newsgroup alt.folklore.urban verwendet. Das ist ein Forum für moderne Märchen. Mittlerweile ist Trolling zu einem gängigen Begriff geworden und er freut sich im Internet über einen hohen Beliebtheitsgrad. Ich hoffe es hat euch gefallen. Viel Spaß auf YouTube noch und bis hoffentlich nächsten Freitag. Ciao mit V. V.